Musik Hey und willkommen zu einer weiteren Folge der Top 5 CWBW Moments of the Wii. Diese Woche schon zur 103. Folge und ja Leute ihr habt mir über die letzte Woche hinweg wieder einige Clips eingesendet, so dass ich mir gleich wieder 3 Clips aufheben konnte für die nächste Woche. Wenn eure Einsendung also diese Woche noch nicht dran ist, kann das auch sein, dass die nächste Woche noch ein Video ist. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Das kommt so bei Yannis rein. Alleine wie du failst kommt bei Yannis rein. Satz 5 diese Woche geht ein Triple mit einem kleinen Rot-Carry. Platz 4 diese Woche geht an bei Timon, der hier gerade noch so richtig stark den Gegner holt und das Bett zerhebt. Er wird die unten, ist halt wirklich so. Sprengt euch hier unten. Ab ihn. Oh mein Gott. Noch ein paar Blöden, der kommt so. Frage, ist das ein Clip? Du hast keine Schuhe an, du hast. Junge, Alter, so wichtig, ich schwöre. Platz 3 diese Woche geht an flauschiges Honig mit einem schönen One-Stack-Clear-Bow-Down-First-Rush, ihr wisst Bescheid. Dann kann ich mal nur oberen Torrecht gleich oben mit Bälle, also passt. Der hat Wett, der hat Wett, ist gut so, ist gut so. Fliegt den, fliegt den. Bow Down. Luka hat Bow Down. Und Luka hat noch einen anderen Fully 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 Down. Nein. Luka. Ich. Wo war's denn? Wer ist denn? Wer ist denn? Platz 2 diese Woche geht an Trunks, der hier dank einem etwas lucky, aber vor allem richtig nicem Copwrap-Move das Bett holt. 10 Uhr der 2. 1. 2. 2. 5. 6. 7. 8. Und Platz 1 diese Woche geht an Deo und Timothy, die hier in richtig nicer Co-Produktion die Runde noch drehen und gewinnen. Jo, das war so knapp. Achst denn, sonst bauen die nach oben. Wir sind jetzt am Tarnsch, ich schicke sie jetzt. Deswegen habe ich mich nicht umgebracht. Häh. Jetzt noch Faktion. Ey, Bogen liegt apropäisch und ich lebe noch, ich lebe noch. Ich bin hinter dir. Hinter dir, ich bin hinter dir. Kein Knockback, was? Wie kann man hier so chillen und knappen kommen? Den Bogen oben, ne ne? Aber da liegt einer. Ja, aber die haben den eh auch. Obwohl, ne. Oder? Zeo, los! 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 Da liegt der Bogen. Oh mein Gott! Du hast den Bogen, er den Pfeil. Und was? Ja, andersrum. Ja, er hat den Bogen, er hat den Pfeil gefickt. Alter! Zeo. Ich habe jetzt auch einen Bogen in der Base. Run, run, run. Der Pfeil war knapp. Der hat Bogen, ne? Der rollt sich um. Egal. Blieben. Du könntest uns blieben. Blieben, ey. Okay. Nein, schade. Kommt jetzt. Alter, schade. Jetzt ab in die Base. Aber einer geht unten wieder, ne? Nö. Du musst von oben. Du kannst von OP-Weg treffen. Vielleicht. Okay. Achso, auch okay. Ich weiß nicht. Ja. Lash! Jetzt! Gut, ne. Aber auch nicht. Nein. Oder eher safe auch. Nein. Nein. Schade. Er hat schon gewollt. Haha, nein. Ja, weiß nicht, oder? Nee, ich sehe das noch. Ja, ey, 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 ey. Ey, 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 ey. der Top 5 CBBW Moments of the Week. Falls ihr jetzt auch noch einen Clip habt, könnt ihr den gerne einsenden mit dem ersten Link in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich fürs Einsenden eurer Videos und fürs Einschalten. Hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüss. Ich wollte dir gerade eine EC-Place. Jakob, bleib nach hinten hier ins Loch. Jakob, sag... Ich wollte dir gerade einen schönen Tag.